Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei, oh yeah, am Stammtisch im Eck in der Konditorei, oh yeah. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder, Kirsch und auf Sainte-Bisset und auf Sainte-Bisset, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Bananen, aber bitte mit allen, aber bitte mit allen. Sie schmatzen und schwatzen, dann holen sie sich, oh yeah, doch Butter klingt harte und Bienenstich, oh yeah, sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Ohren vom höchstensten, offen muss sein, ja denn offen muss sein, Bei Matilde und Dürr, Maria und Liane, aber bitte mit allen, aber bitte mit allen. Doch das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt, oh yeah. Der Tod hat drei Ohren sie doch abgesandt, oh yeah. Die hinterfliebenden Fahnden, vor Schmerz, keine Worte, bei Sacha und Binza und Marzika-Torte. Hielt als letztes Miljane, geht rein auf der Fahne, aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne. Kommab mit Liljane, war es schließlich vorbei, oh 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 yeah. Sie kippt den Pumststuhl in der Kondite rein Auf den Zahnern steigt der Künfer sogar der Torte Und der Paradigmen, die schlägt mir in den Worte Dass der Herrgott den Weg in den Himmel hier bahnet Aber bitte mit Sahne Aber bitte mit Sahne Noch ein bisschen Kaffee Noch ein kleines Bissi Oder soll es vielleicht doch noch ein Keks sein? Ja, danke